Geil. Das ist geil, geil. Geil, geil. Ah, geil. Raffiolio, ich bin Frünen! Raffiolio. Ja, Raffiolio. Und wie geht's, Raffiolio? Mir geht's jedenfalls gut, Raffiolio. Ha. Wer ist Raffiolio, verdammt? So. Jetzt sind die Groks, äh, ja. Jetzt mögen die uns nicht mehr. Mhm, ich mag sie aber doch auch. Ich mag sie aber doch. Ich will ein Kolonisierungs- und Fassbarpaket für 75.000. Ansonsten, äh, für 79.000, aber sonst nix mehr. Da! Ne, das ist gar nicht richtig. Da! Dat wollte ich haben, Leute. Dat ist es. Aber niemand will es anerkennen. So, Okeago, wo ist denn Okeago? Okeago. Kapitän, wir brauchen eine Hilfe. Ha, 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 ha. Okeago. Ist da Okeago? Da ist nicht Okeago. Wo ist Okeago? Da. Ah, ha, ha, ha. Was ist denn geiler? Ha, ha, ha. Oh, es liegt direkt an den Groks. Das erklärt natürlich, warum die so beliebter noch sind. Ach so, ja, das ist das, was ich eben eingenommen habe. Das erklärt noch mehr, warum es so beliebt ist bei denen. So, aber jetzt kann ich meine Megaproton-Raketen kästen. Und das finde ich erfreulich. Um das jetzt mal so auszudrücken. Wie sie einfach nur Groks haben. Groks haben? Wie sie einfach nur Groks-sicher Raumschiff haben. Oh, sie hauen ab. Nein. Komisch. So. Ich euch einfach nur holen. So Groks reicht. Oh mein Gott. Wie viel Schaden das macht. Ich glaube 180 Schaden macht es. Oh mein Gott. Das ist so übel. Heilige Scheiße. Das ist echt übel, um das jetzt mal so auszudrücken. Oh mein Gott. Auch schon wieder neu. Okay. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Das ist so lächerlich, was die immer für laute von sich geben. Einfach nur. Hey, das Groks-Raket ist aber klein. Das lösche ich direkt aus. Megabombe habe ich ja jetzt eh. Von daher. Nicht schlimm. Nix ein Probleme. Oh, das ist deren Hauptplaneten. Okay. Habe ich jetzt nicht wirklich ein Problem mit. Ich habe eine Megabombe, Leute. Ich ohne euch damit. Moment, ich habe keine Megabombe. Scheiße, ich habe die auch gar nicht gekauft. Ich depp. Fuck. Okay, weg. Ich will erst die Megabombe kaufen. Warum dachte ich, ich hätte die schon gekauft? Ich bin aber auch ein Depp manchmal. So. Dann bitte sagt mir, dass ihr meine violetten Gewürze kaufen wollt. Sonst bin ich wütend. Mann, oh. Das kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. Tausend Jahre lang noch. Verdammt. Egal. Nein, die haben ja die selben Preise. Warum? Fliege ich mal zu den Grünen. Die Grünen. Ja. Wir sind jetzt in der Politik. Wir sind aber nicht auf der Erde. Sondern wir sind auf welchem Planeten? Sind wir eigentlich egal? So. Grün. Ich hasse euch. Oh, die haben pink. Pink ist die Farbe der Mädchen. Oh, also. Oh Gott, wie oft ich mich in diesem Lett-Player einfach nur rauspullen muss. Oh mein Gott. Seid ihr auch angepisst? Weil ich jetzt jeder Jahre suchen muss. Bis ich einen Verkäufer gefunden habe. Ich sage immer Verkäufer. Warum? Nein. Oh, meine Fresse. Lern so ein Kotz ist mich an, dass die Violett genauso... Dass die Violett günstiger haben wollen als Blau oder so. Das ist total dumm, aber sonst... Endlich. So. Die wollen sogar auch Geld haben. Das finde ich super. I love you. I love you. I love you. Oh Gott, kostet ein Megageschütz viel. Oh Gott. Nein, da will ich zuerst meine Stadt bauen. Was meine ich mit Stadt bauen? Ja, ist ja wohl logisch, ne? Da, Stadt bauen. Violett und so. Dam, dam. Ähm... Ja, nein Nein Schade Moment Nach nicht Ich habe Tentakelplotto So, und schon kann ich da was bauen Okay, ich habe mich getäuscht Das ist tatsächlich hilfreich Aber, naja Trotzdem nicht oft War das jetzt in der Reichweite? Ich hoffe es So Und ich rausbrühe mich schon wieder Unglaublich So, Fabrik Haus Oh mein Gott Fabriken Fabriken, so weit das auch gereicht Nein Nein I need money Money ist toll I love money Und da kommt eine Unterhaltungsgebäude rein Und schon habe ich jetzt wieder voll Ich will ein Gebäude entzogen Oh, ja, ich muss den Planeten verlassen Um zu speichern So, das war's, oder? Jetzt kann ich nicht mehr Ja Gut Aber jetzt würde ich gerne eigentlich ein Mega-Geschütz haben Denn ich werde das nicht verlieren Auf keinen Fall Habt ihr ein Gewürzlager? Ja Da, ihr habt ein Gewürzlager 500.000, bitte Ihr spinnt doch Für ein Gewürzlager? Okay Was auch immer So Ähm, nein Nein, 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 nein Me wants Gewürzlager Ah, billiger Okay Verdammt Ja, gut Meinetwegen Verdammt nochmal Was für Arschgeigen Naja Das geht jetzt sehr schnell Das Gewürz Das ist super Das finde ich geil Und ein Gewürzlager Wo muss ich das platzieren? Auf einem Planeten Ja, ich platziere es trotzdem mal In der Nähe von der Stadt So Und Kann ich jetzt gehen? Ja Wie viele? 30 Okay Das reicht Ich bin schon so toll Ne Ich bin so toll wie nichts anderes Unglaublich, oder? Ich mich einfach nur selbst lobe Egal So Ihr Kauft mir doch bestimmt ein bisschen violettes Gewürz ab Ja, aber nicht Oh, kommt schon, Leute Ihr macht mich doch nicht schwach Ihr seid doch solche Arschgeiger 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 Joder Arschgeigen Ah, Mann Dass der Bildschirm erst hochkommen muss So Yay We have money again Manchmal merken den Planeten Irgendwann will er das zwar nicht mehr haben Oh nöö 50.000 50.000 Hätte ich sparen können Fuck Egal jetzt Jetzt kann ich da auch nichts mehr tun So Erstmal ein paar Kolonien Fassbar-Pakete Dann ein Mega-Geschütz Dann weg von diesem Planeten Dann wieder zurück Was? Nein Falsch Nein Da Genau Dann wieder zurück zu Ben Benjamin Linus Und Ich hab wieder 5 Gewürze Yay Aber Zuerst Möchte ich das Mega-Geschütz Auf dem Planeten Platzieren Denn das ist sehr wichtig Denn das Mega-Geschütz Und Ich war zwar noch nicht dabei Als es Go-Und hat Aber es und Seid euch da mal sicher So Wie sieht das Mega-Geschütz aus? Ja Es fliegt rum Super, oder? Es fliegt um den Planeten rum Und zwar ziemlich schnell Und Und alles in Seiner Reichweite Wie geil Ne? Ich find das geil So, Leute Das war's jetzt erstmal Nein Ähm Ganz einfach Ich Gehe mehr oder weniger AFK Denn Ich möchte Ich warte jetzt einfach so lange Bis da 30 Ja Oder halt viele Gewürze sind Also Peace Nachher